Möchtest du eigentlich die Person sein, die du heute gewesen bist? Weil viele Menschen hinterfragen sich gar nicht, inwieweit gibt es denn da Übereinstimmung in dem täglichen Handeln? Das, was da so gemacht wird, was von anderen abverlangt wird oder dergleichen. Weil du musst dir immer wieder die Frage stellen, inwieweit ist das etwas, wo du dich persönlich auch siehst? Wenn du jetzt irgendwie etwas machst, nur um eine andere Person zu gefallen, du hast da nichts von, weil das nicht du bist. Und das sind so viele Menschen, die verirren sich in anderen Personen, nur um diesen Menschen zu gefallen. Und da solltest du jetzt heute mal drüber nachdenken und solltest dir die Frage stellen, inwieweit trifft das auf dich zu? Und wenn du jetzt davon einen weiteren Impuls bekommen hast, wo du dich mal wirklich hinterfragst und dir sagst, ich könnte damit Recht haben, dann habe ich eigentlich mit diesem Video genau das geschafft, was ich schaffen möchte. Weil du musst dich verwirklichen und nicht irgendwelchen Geflogenheiten, die anderen Menschen da gelegen kommen, wahr machen, sondern du musst für dich wirklich herausfinden, was möchtest du. Und wenn du das geschaffen hast, wenn du das meisterst für dich, verwirklichst du dich auch als Mensch. Weil wichtig ist, in erster Linie, inwieweit findest du eine Übereinstimmung mit den täglichen Tätigkeiten, die du so machst, in deinem Leben. Und erst wenn du da am Ende bist, hast du auch das Ergebnis für dich herausgefunden. Also mach dir das zur Aufgabe, denke an meine Worte, hinterfrage das. In diesem Sinne, bis dann.